Was zuletzt geschah, ein bedeutender Tag war gekommen. Der Kampf gegen ein General stand an. Kyurem, das Eisdrachen-Pokémon. Doch zuvor wollte Günther sich noch das seltsame Labor ansehen. Dort wurde das erste Pokémon, das diese Welt erreichte, festgehalten. Dort traf er auch auf Snens, der eine Revanche wollte. Er war deutlich besser geworden, rechnete jedoch nicht mit Eevee und verlor daher. Anschließend traf Günther sich mit Leon. Zu zweit machten sie sich auf, um den General zu bekämpfen. Und der Kampf begann gut. Waldbrand, ein besonderes Myrapla mit dem Feuertypen, welches für Leon kämpfte, und Lord Ecker, machten Kyurem große Probleme. Als Günther aus einer Reaktion eine Aquaknarre schoss und Kyurem damit ablenkte, gab Waldbrand ihm den Rest. Günther hatte nun ein Emblem. Der zweite General war besiegt. Kapitel 21 Von Wahnsinn gesteuert General Kyurem war besiegt. Für diesen Tag trennten ich und Leon unsere Wege. Das war erste Sahne. Zu zweit war das ja nicht mal schwer. Ja, das stimmt. Er sah mir meine Nachdenklichkeit an. Du denkst über diese Aquaknarre nach, oder? Meine Antwort war ein kurzes Nicken. Latios versuchte, sich eine Erklärung zusammenzureimen. Es muss damit zusammenhängen, dass du so lange in unserer Welt warst und gerade erst in diese Welt gekommen bist. Du bist anscheinend noch nicht vollständig zum Menschen geworden, sondern hast noch minimale Elementkräfte der Pokémon. Egal warum es ist, du solltest dich freuen. Es ist eine super Fähigkeit und hat uns in diesem Kampf viel geholfen. Nur pass vielleicht auf, es nicht öffentlich zu machen. Die Leute reden genug seltsame Dinge über dich. Gut, ich werde aufpassen. Was ist der Plan für die nächsten Tage? Leon überlegte kurz. Vermutlich nicht viel mehr als trainieren. Und natürlich machen wir uns schlau. Ich habe bereits ein Gerücht bezüglich des nächsten Generals gehört. Dem werde ich nachgehen. Ich sage dir natürlich sofort Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Was hast du vor? Kurz überlegte ich, ob ich ihm die ganze Wahrheit über das Projekt dieser Nacht sagen sollte. Doch ich entschied mich dagegen. Leon würde vielleicht versuchen, mich abzuhalten. Mir war klar, dass Vertrauen eigentlich ein wichtiger Punkt zwischen uns sein würde. Aber wenn die Mission geglückt war, würde er mich verstehen. Vermutlich auch trainieren und mich umhören. Vielleicht mache ich mich auf und befrage ein paar freundlich gesinnte Pokémon nach Hinweisen. Gute Idee. Also dann, bis bald. Wenn du mich suchst, du findest mich in der dritten Etage des großen Wohnhauses, in der Straße, in der wir uns getroffen haben. Klingeln wäre wegen meinen Eltern wohl eher unpraktisch, aber du findest schon eine Möglichkeit, dich bemerkbar zu machen? Ich verabschiedete mich und reiste mit meinen Freunden zurück zu unserer Unterkunft. Als wir dort angekommen waren, nahmen wir uns keine Zeit zum Ausruhen. Die Planung ging sofort weiter. Noch ein letztes Mal vertieften wir den Plan, der noch diese Nacht über die Bühne laufen würde. Also, jeder muss seine Rolle übernehmen. Ein letztes Mal für alle. Wir werden nicht mit vielen reisen. Seemops und Latias, ihr seid neben mir die einzigen. Hydropi fragte noch einmal nach. Warum genau kommt denn eigentlich Seemops mit? Als Aufpasser. Sobald irgendjemand das Gebäude betreten will, schlägt er Alarm. Aber ist ein Pokémon, das vor einem Labor wartet, nicht sehr auffällig? Deswegen ist es Seemops. Cheelast fasste die Wahrheit ziemlich genau zusammen. Guck dir Seemops doch mal an. Dieses Pokémon wirkt nicht verdächtig. Seemops könnte ein Emblem tragen und die Kräfte der Finsternis nutzen. Ihn würde trotzdem keiner verdächtigen. Seemops selber zeigte sehr gut, was Cheelast meinte. Er hörte uns nämlich nicht wirklich zu, sondern befasste sich intensiv mit einem Glühwürmchen, das in die Hütte geflogen war. Seemops ist so ein Extremfall, dass ich manchmal vergesse, dass er überhaupt weiß, wie man Kämpfen schreibt. Er ist perfekt für die Rolle. Um es noch einmal zu untermalen, drehte Seemops sich verwirrt zu uns. Hat jemand meinen Namen gesagt? Ich bin da, ich hab zugehört. Wir alle lachten ein bisschen. Du weißt deine Rolle für heute Abend, oder? Na, klar, Wachhalten und Alarm schlagen, wie ein echter Geheimagent. Sofort befasste er sich wieder mit dem Glühwürmchen. Hydropi wirkte nun auch sehr überzeugt. Gut, ihr habt recht, er ist perfekt für den Job. Also, weiter im Text. Latias. Du kannst mich in das Gebäude teleportieren. Sie nickte nur kurz. Dort drin werde ich dann in die zweite Etage vordringen. Sobald ich das Pokémon finde, werde ich es befreien. Sobald das geschehen ist, gebe ich dir am Fenster ein Signal. Und wenn das passiert, kommst du und holst uns da raus, Latias. Klar? Wieder nickte sie. Seemops war immer noch mit Wichtigerem beschäftigt. Nur wenige Stunden später brachen wir schließlich auf. Der Mond stand bereits hoch am Himmel, als wir am Forschungslabor ankamen. Keine Seele war in der gesamten Umgebung zu sehen. Außer den Straßenlaternen leuchtete nirgendwo mehr ein Licht. Ich sah in einem der Häuser hoch, zu einem weiteren dunklen Fenster. Dem Fenster, hinter dem sich Leon seiner Angabe nach aufhielt. Kurz atmete ich durch. Seid ihr bereit? Es geht los. Und so begann das große Projekt zur Befreiung des ersten Pokémon der Menschenwelt. Latias schaffte es problemlos, mich in die Eingangshalle zu bringen. Es war schwer, etwas zu erkennen. Doch ich erkannte bereits Kameras an den Wänden. Alles war wie vermutet. Meine Aktion würde nicht unbeobachtet bleiben. Doch es war nötig, um Darkrai zu stoppen. Wenn wir das Pokémon, welches hier wartete, auf unsere Seite ziehen könnten. So machte ich mich auf, tiefer in das Gebäude. Viele dunkle Gänge und Räume zeigten sich mir. Und ich musste viele Räume betreten. Da ich bei der Inspizierung logischerweise nicht in das Innere des Labors gelangt war, wusste ich nicht, was sich hier tat und auch nicht, in welchem Raum mein Ziel warten würde. Doch auf dem Ziel, auf dem Weg, fand ich viele interessante Aufzeichnungen. 13. Januar 2022 Heute haben Passanten im Wald ein ungewöhnliches Wesen gefunden. Es wirkte sehr schwach und konnte sich nicht bewegen. Jedoch hatte es eine unfassbar mächtige Ausstrahlung. Worum genau es sich handelt, ist derzeit unbekannt. Wir könnten hier einem großen Durchbruch in unserer Forschung gegenüberstehen. 16. Januar 2022 Wir konnten die Identität des Wesen bestätigen. Es klingt unfassbar. Doch mein kleiner Sohn zeigte mir die Wahrheit. In dem Spiel Pokémon, welches er spielte, zeigte er mir einige der eigenartigen Fantasiewesen aus den Köpfen mancher Spieleentwickler. Zumindest dachte ich das, bis ich eines dieser Wesen erkannte. Bei unserem unbekannten Fund handelt es sich um ein Pokémon. Wir haben das erste lebende Pokémon gefunden. Eine neue Ära könnte für uns Menschen anbrechen. 24. Januar 2022 Das Pokémon hat wieder einen Teil seiner Kraft zurückerlangt. Die meisten seiner Verletzungen waren verheilt. Woher sie kamen, konnte unsere Gruppe nur vermuten. Waren sie ein Zeichen für die Existenz weiterer Pokémon? 27. Januar 2022 Das Pokémon beginnt sich seltsam zu verhalten. Seine Ausstrahlung wird mächtiger, je mehr Zeit vergeht. Es verhält sich uns gegenüber sehr feindlich. Wir sind gezwungen, es bis auf weiteres in seinem Käfig zu halten. Zudem verstärkten wir das Schloss, damit es den Flammenstand halten konnte. Das Verhalten des Pokémon erschwert unsere Forschung immens. 28. Januar 2022 Viele Leute berichten von weiteren Pokémon-Sichtungen. 30. Januar 2022 Portale haben sich geöffnet. Sie sind gekommen. Die Pokémon sind in unserer Welt eingefallen. Ihre Armee will uns alle auslöschen. Doch viele von ihnen stellen sich gegen ihre Mit-Pokémon und auf unsere Seite. Der Krieg hat begonnen. Die Forschungen sind eingestellt. Dieses erste Pokémon war also wirklich bereits vor Dark-Kreis Armee in dieser Welt. Doch wie war es hierher gelangt? Weshalb war es so verletzt gewesen? Es gab nur eine Möglichkeit, all dies herauszufinden. Nachfragen. Doch bevor ich es fand, bemerkte ich einen weiteren Schatten, der durch die Flure schlich. Er war nicht sehr groß. Es war eindeutig ein Pokémon. Ich ging davon aus, dass die Forscher hier es als Nachtwache benutzten. Damit sie es jedoch dafür nutzten, musste es natürlich eine gewisse Stärke haben. Ich würde ihm nicht alleine begegnen wollen. Und so schlich ich mich vorbei in einen weiteren Raum. Und in diesem stand ein Käfig. In diesem Käfig war das erste Pokémon, das je diese Welt betreten hatte. Und es war kein Fremder. Ich konnte nicht fassen, wen ich dort sah. Das Pokémon, welches gerade noch geschlafen hatte, schien aufgewacht zu sein. Verschlafen und verwirrt sah es in meine Richtung. Flöink, bist du das? Keine Antwort. Er wirkte immer noch, als wäre er im Halbschlaf. Ich hole dich da raus, nur eine Sekunde. Ich sah bereits ein Schlüsselbund an einer Wand direkt neben der Tür hängen und nahm ihn an mich. Ich schloss vorsichtig das Schloss zu Flöinks Käfig auf. Immer noch sah mich dieser Schlaf trunken an. Mir war bewusst, was bei seinem letzten Auftritt geschehen war, als die jungen Krieger aus der anderen Welt ihn aufhalten mussten. Doch er zeigte keine Anzeichen auf seine Stärke oder seine Form als dunkler Recher im Allgemeinen. Er wickte einfach wie unser etwas verschlafener Freund. Doch in der Sekunde, in der das Schloss klickte, fiel die Maskerade. In derselben Sekunde schlug mich eine Druckwelle zurück. Die Tür zum Käfig stand nun offen und in ihm war der dunkle Recher. Du Idiot! Du befreist mich aus meinem Gefängnis! Ich muss dir dankbar sein, dass du so dumm bist! Und nun sag mir, woher kennst du den Namen meiner schwachen Existenz? Woher? Ich merkte bereits, in welcher kritischen Situation ich mich befand. Ich war definitiv nicht in einer Situation, in der ich lügen sollte. Ich bin es, Floreng! Günther! Er sah mich einen Moment seltsam an. Das kann ich mal, in dem das einst ein Mensch war. Du bist also zurückgekehrt. Warum bist du hergekommen? Hast du auch erkannt, dass die Welt es nicht verdient zu existieren? Ich bin wegen dir hier. Wir brauchen deine Hilfe gegen Dark Reis Armee. Wieder sah er mich seltsam an. Im Anschluss begann er seltsam zu lachen. Du hast nichts verstanden. Hast du nicht mitbekommen, wer ich nun bin? Ich bin der, den andere in mir sehen. Ich bin die Finsternis. Ich bin die zweite Hälfte der dunklen Macht. Ich bin die Finsternis. Denkst du etwa, ich würde in irgendeiner Form gegen Dark Reis Armee stehen. Im Gegenteil. Jetzt, wo du nahm ich befreit hast, kann ich mich selber in diese Schlacht einmischen. Und was dich angeht, die Schatten, die seinen Körper übersehten, begannen zu brennen. Du stehst immer noch auf der falschen Seite. Deine Freunde sind schuld daran, dass ich verwundet und allein in dieser Welt gestrandet bin. Ihr seid eine Seuche, die ausgerottet werden muss. Doch bevor er mich angreifen konnte, vernebelte dichter Rauch den gesamten Raum. Ich fühlte, wie mich etwas wegzog. Als ich begann, wieder klar zu sehen, befand ich mich in einer kleinen, fensterlosen Kammer des Labors, vermutlich im Kellergeschoss. Ein Pokémon sprach mich an, aber nicht unbedingt begeistert von meiner Anwesenheit. Was zur Hölle hast du dir gedacht? Ich wache hier Tag und Nacht, damit niemand irgendetwas anstellt. Und da passt man einmal nicht auf? Weißt du überhaupt, was du da angestellt hast? Als würdest du nicht schon genug Probleme machen. Ich bekomme hier genug über dich mit und starr mich nicht so an. Ich weiß genau, dass du mich verstehst. Im Angesicht des Pokémon war jedoch zweitrangig, was es sagte. Ich antwortete mit einem einzigen Wort. Bissazam? Er verstummte und sah mich verwirrt an. Du kennst mich? Woher kennst du meinen Namen? Bist du es wirklich? Ich dachte, du wärst tot. Ich war... bin doch irgendwie schwierige Geschichte. Aber wer zur Hölle bist du? Ich bin es, Bissazam. Günther, dein Freund, das Kanimani, Lotteckes Teampartner. Weitere verwirrte Blicke folgten. Günther? Aber wieso bist du ein Mensch? Ist das dein Ernst? Hast du vergessen? Ich war schon immer ein Mensch. Nur, dass man es mir in dieser Welt wirklich ansieht. Bissazam wirkte etwas unsicher. Wie kann ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Komm mit, hier hast du ohnehin nichts mehr zu tun. Alle anderen sind auch hier. Latias, Latios, Hydropi und Lord Ecke. Außerdem diejenigen, die Florent davon abgehalten haben, unsere Welt zu zerstören. Auch dieser Scheinux, Florent hat ihn in seiner Einsamkeit oft verflucht und von ihm geredet. Nein. Nick Shosma ist zurückgekehrt und hat ein neues Opfer gefordert. Bissazam wirkte traurig. Noch jemand wurde von Nick Shosma ums Leben gebracht. Was ist nur aus diesem Pokémon geworden? Einst war er so ein glorreicher Forscher. Außerdem, warum sagtest du, Florent war einsam? Du warst doch auch hier. Er hat dich doch immer gesucht. Ja, das hat er. Aber er hat so lange vergeblich gesucht. Die Finsternis hat ihn vollständig übernommen. Er wird von Wahnsinn gesteuert. Nicht einmal mich akzeptiert er noch. Ich war nur hier, um zu verhindern, dass irgendjemand ihn befreit. Aber das hat ja auch nicht geklappt. Nun gut, ich folge dir und vertraue darauf, dass du die Wahrheit sagst. Ich denke, wenn ja, haben wir einiges zu besprechen. raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. S Patriot Super Cain Fakul Wings